Wir sind auch zum Cold Water Contest nominiert worden, wir sind in Zweierbeziehung und Stefan Musik. Wir sind nominiert worden von der Musikkapelle Pech Bade. Zusätzlich sind wir noch von der Landjäger von Franki nominiert worden und von Gary. Erst haben wir uns schon gesträubt, aber jetzt wollen wir gleich beieinander gucken. Nach der Zeit machen wir es, wenn wir noch Bier holen, das machen wir schnell vor den Augen. Dann kriegen sie zurück, oder? Du musst meine noch öfters. Und ja, sie kriegen sicher keine Brotzen. Nein, keine Brotzen. Schnell, schnell! Musik 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 So, René, wir haben es geschafft. Wir hatten ein grausiges Spät für heute. Es ist arschgefallen. Wir nominieren, wenn der Blutschink mal schwindet. Toni, was die beste Mittermärkte gibt. Ja, ich bin auch super. Steffen, du? Ich bin auch super. Ich bin auch super. Ich bin auch super. Steffen, du? Ich freue mich an den Brotzeit. Ja, nachher. Es ist so, dass wir in der Heimat bleiben. Wenn man hat, wenn man so denkt. Die Kirche vor Bacht. Das ist der Tonio zu warm. Das ist ein bisschen. Grüezi. Grüezi. Heisst du? Grüezi.